Ein sehr schönes Beispiel, wie du deine Energie sehr einfach aufbauen und dich selber von innen her kräftigen kannst. Ein Kunde fragt mich vor kurzem, Johannes, wir haben jetzt die klare Strategie oder die klare Struktur aufgebaut, um in mein neues Business zu starten. Und ich weiss, du begleitest mich, du gibst mir Sicherheit. Alles klar. Jetzt ist es aber für mich wichtig, dass ich mehr Energie habe. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Energie in meinem Tank, also in meinem Körper. Und ich frage ihn, wie viel Energie hast du denn aktuell so gefühlt? Und dann sagt er, ja, weniger als 10 Prozent. Das heisst, ich laufe auf Reserve. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Und so ganz nebenbei frage ich ihn, wie sieht denn deine Ernährung aus? Und dann sagt er, weisst du, ich vermeide seit über 20 Jahren Fette in meinem Essen. Also fetthaltiges Essen. Und ich frage, ja, und wie sieht deine Ernährung dann aus? Ja, hauptsächlich Kohlenhydrate. Okay, dann haben wir das Thema ein bisschen beleuchtet. Welches die Energiequellen für den Körper sind. Und da gibt es zwei Säulen. Einmal ist es eben so, wie dieser Kunde das macht, Kohlenhydrate zu essen. Das ist auch Energie, das ist Zucker. Kohlenhydrate verwandeln sich immer in Zucker. Und da hat man einen Energieschub und dann hat man aber auch wieder den Energieausfall. Und dann gibt es noch eine zweite Säule und das geht in Richtung ketogene Ernährung. Aber ich halte nichts von Extremen und das ist jetzt richtig. Aber es geht in die Richtung gute hochwertige Fette, gutes hochwertiges Eiweiß und ein paar Vitaminen. Und ich habe gar nicht gedacht, dass beim Kunden das so greift oder auf so guten Boden fällt. Und dann sagt er mir, weisst du Johannes, und ich habe das jetzt schon einige Tage, ich praktiziere das jetzt. Und wow, es ist wie wenn ein frischer Wind durch meinen ganzen Körper gehen würde. Und meine Energietankstelle oder mein Energietank füllt sich. Und nicht langsam, wow, wir können jetzt loslegen. Ich bin bereit, ich bin am Start. Und die Hauptbestandteile sind wichtig. Denn so zwischendurch ganz nebenbei mal ein Stück Schokolade oder mal ein paar Nudeln schadet überhaupt gar nicht. Also es geht immer um das Ausgewogene. Wie sieht das bei dir aus? Hast du selber genug Energie in deinem Tank? Kann dieses Thema für dich selber auch ein Thema sein, dass du hier mal ganz genau hinschaust? Schreib mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, ich werde zum Thema Energieaufbau und Stärkung höchstwahrscheinlich sehr bald mal ein Live-Training, ein Live-Webinar machen. Du findest unten einen Link für den Powerkick zum Wochenstart. Trag dich da ein, da bekommst du immer wieder Einladungen für Live-Trainings. Und ich glaube, dieses Thema ist sehr bald mal dran. Gute Fette, hochwertige Fette, gutes Eiweiss, wenig Kohlenhydrate und ganz wenig Zucker und eben Vitamine. Dann merkt man sehr schnell, wow, da hat man jetzt auf einmal einen Zusatztank, der gefüllt ist mit Energie und Power. Und genau dann kann man eben auch seine Ideen umsetzen. Ich bin neugierig auf dein Kommentar und melde dich unten an zum Powerkick für den Wochenstart. Dann bist du bei Live-Trainings dabei und schreib mir gerne, ich bin sehr interessiert, wie du das Thema siehst. Ist das interessant für dich? Wie siehst du das? Wie machst du das aktuell? Denn wo lernen wir denn gute, richtige, nahrhafte, konstante und kraftvolle Nahrung? Ja, wir lernen es uns selber. Und vielleicht hilft dir dieser Impuls, hier ein paar Schritte weiterzukommen. Freue mich sehr. Und ich freue mich auch sehr bis zum nächsten Video. Bis bald. Servus. Bis bald. Bis bald. Bis bald.